Das ist Emmerich im Ars, das ist direkt da, wo der Rhein über die hollessische Grenze fließt. Das ist jetzt nicht am Arsch der Welt, aber man kann nicht von da auch schon gut sehen. Und da gab es die Schützenverein mit dem Motto, schießen lernen und dabei Freunde treffen. Da erfährt man schon viel über die Gegend. Und da hatten wir auch immer eine Karantin. Und mein Onkel, das hat immer eine super Figur gefühlt, das war der zurückgegangen. Bei mir zu Hause hat der Mann die Brunnen gefühlt und die Frau entscheidet, welchen Mann. Letztens höre ich von dir die Frage, bin du lieb, dass ich zu wenig so bin? So raus, wie sagen die, ich weiß es nicht. Das habe ich geschrieben in meiner Stammschneife. Als ich das erste Mal reingekommen bin, habe ich gesagt, nun auch. Ihr seht die Männer noch aus, die Männer und die Frauen auch. Ich bin mal aus, die Frauen auch. Du bist nicht so nah. Du bist nicht so nah. Ich bin nicht so nah. Ich bin nicht so nah. Ein Spruch habe ich noch ausgemangen aus der Kneipe, der geht hoch. Es ist meinsam, gesammelt, seitdem das der Gestorben ist.